Wenn wir mal klar sagen, und ob das Internet das ist, was wir unbedingt gebraucht haben, das lasse ich noch dahingestellt sein. Wir waren glücklich, wo wir es nicht hatten. Und da haben wir miteinander noch gesprochen. Sie können doch heute mit keinem Jugendlichen mehr sprechen. Der spricht mit Ihnen, guckt Sie gar nicht an und geht auf seinem Handy weiter. Wo haben wir eigentlich noch Anstand? Wo sind wir noch miteinander? Wir brauchen ein Miteinander und brauchen Vernunft. Und haben wir früher gedacht, das Wirtschaftswunder. Hat es da Internet gegeben? Da waren alle glücklich. Heute sind Sie alle unglücklich. Fragen Sie doch mal, wie Sie unglücklich sind. Die Familie wird geoutet und alles. Wir müssen endlich zurückfinden zu den Werten unserer Gesellschaft.